Noch bis Sonntag ist der Zirkus Pifikus in Nordenham zu Gast. Die Familie Kaselowski und ihre Artisten wollen das Publikum mit ihrem Können verzaubern. Im Gepäck hat der Familienzirkus auch einige Tiere. Gleich zu Beginn beeindrucken zum Beispiel zwei Kamele schon allein durch ihre staatliche Körpergröße. Ein weißer Hengst galoppiert in der Manege in der Runde und stellt mit seinen Kunststücken sein Temperament unter Beweis. Dass man auf Stühlen nicht nur sitzen kann, zeigen die Artisten in der Handstadtakrobatik. Wenn Zirkusdirektor Michael seinen Körper in schwindelnder Höhe in die Senkrechte stemmt. Für viel Trubel und Heiterkeit sorgen immer wieder die Clowns, die nach ihren kleinen Streichen ein ums andere Mal vom Zirkuspersonal aus der Manege gejagt werden.